Unser Motto ist heuer Jugend mit Wirkung. Das ist genau das, wofür die Landjugend steht. Eine enorme Herzlichkeit und Freudentränen, die darf man durchaus einmal drin sein. Eine enorme Herzlichkeit, überall gute Stimmung, fröhliche Gesichter, das hat man in dem Film auch gesehen. Ich bitte euch, behält euch das. Ich darf mich als Bundesobmann der jungen ÖVP bei euch für die gute Zusammenarbeit österreichweit bedanken. Ich wünsche euch alles Gute, vielen Dank für die Einladung und noch eine schöne Veranstaltung. Danke sehr. Und weil ihr das mit so viel Begeisterung und so viel Verstand macht, habe ich jedes Vertrauen in euch, dass ihr es auch richtig macht. Und obwohl ich für euch verantwortlich bin, rede ich euch wieder fürs nächste Jahr. Heilig versprochen, nichts dran. Ihr habt jede Freiheit, macht es weiter so, ich bin stolz auf euch. Alles Gute. Danke für die Hilfe, die ihr uns ihm entgegenbringt. Und danke ganz besonders, dass ihr es schafft, dass das ein Miteinander wird. Die große Familie ist die Familie Niederösterreich. Meine lieben Freunde, das seid ihr, relativ einfach gesagt. Denn wer vom heutigen Abend nicht Energie schöpft, dem ist in Wahrheit nicht mehr zu helfen. Die Kraft, die da herauskommt, ist einfach, wenn man spürt, dass alles das, was wir jetzt in der jetzigen Generation miteinander tun, dass wir das eines Tages sehr optimistisch und zuverlässig in die nächsten Hände legen können. Und ihr seid die nächsten Hände und dafür möchte ich euch herzlich danken. Bitte geht's auf dem Weg weiter, auf dem ihr seid. Die Landessieger des Projektmarathons 2012 der Landjugend Niederösterreich wurde. Ich gratuliere sehr herzlich. Die Landjugend mit dem Projekt Jungen Kräfte beleben heute Morgen Kiel! Herzlichen Gratulation der Landjugend Kiel! Jungen Kräfte Jungen Kräfte Vielen Dank.